Tja, so ist es gut. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Die rüsten dasselbe auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Staten rüsten war. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihrem Schild. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Punks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind Panzer. 35.000. 35.000 Panzer. Wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, sie... Und wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer sind, ich sage, sie sind alles doppelt oder zehnfach. Das ist Resistanz, das ist ein Gespenster. Das haben wir nicht vermöglicht. Das haben wir vorher erzählt. Wir haben Fabriken gefunden. Alleine eine, da in Klamarowskaia zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein paar Hundertwerken, keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in dem Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings die Tiere, die im Donetsgebiet, im Donetsgebiet. Aber wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre meiner Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles, alles ausgegeben für Rüsten. Nur Rüsten. Nur Rüsten. Ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, und wäre mir noch schwer zu Herz gewesen. Aber den Mitschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja schon klar, schon hinter 1945, dass der so neue Sitzung kommen musste. Ich hatte nur den alten Klinisten auf mir. Denn im Zweiprobenkrieg, das wäre der Klinisten, das wären wir auch zu brauchen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals bereits noch erkannten. Und wir haben das zu brauchen. Und mein Ganzes, ich wollte an sich noch im Kerbst 1939, wollte ich an sich noch den Westfielzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir haben, das haben uns da geändert. Denn unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr düchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine schöne Bewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben. Seit der ältesten Zeiten hier, im Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten. Sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist nämlich ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage standen, ich wollte in der Altumstellung angreifen. Und ich war überzeugt, dass ich in sechs Wochen mit Banker fertig werden wollte. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernd Regenwetter, und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut. Und auch ich konnte mich den Auffassungen wieder bei der Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht auswerten können mit den Feldflugplätzen in Folge des Reichens. Ich kann den Nordrhein-Westfalen, ich bin vier Jahre lang zur Partei in diesem großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 1939 erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum 1140 warten. Das ging nun leider vor Mai erst am... Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai in der Welt gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste nun diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Und dann hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam ein, ich darf es heute übrigens sagen, sehr großes Unglück über uns. Nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, und dann zweitens durch die Situation in Albanien und Griechenland. Ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände. Denn wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen. Wir mussten nun in einem Schlag zwei Divisionen, zwei geflossene Divisionen, das ist dann eine dritte geworden, abgeben. Und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt. Und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die in das Bleibli war. Aber ich hatte ja eine Unterregung damals mit Molotow. Und ich finde, das war ganz klar. Molotow ging fort mit einem Entschluss, den Krieg zu beginnen. Und ich habe ihn entlassen mit einem Entschluss ermöglichen, um zurückzukommen. Und das war eine Wahrheit. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, sind ganz nah darauf an, letzten Endes in Europa zu beherrschen. Das war interessant für die Forderungen zu gestalten. Es ist gar zu rechnen. Es war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man es auf einen Bluch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln. Weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Betreuungquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn Russland die rumänische Betreuungquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat es ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Betreuungquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfriedzug. Das wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den besitzenden Betreuungquellen gemacht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 eben viel groß gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion. Aber was allein die Luftwaffe verschringt, was unsere Panzerdivisionen verschringen, das ist dem doch etwas ganz ungeheueres. Es ist ein Vertrauch, der über alle Vorstellungen hinweg geht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4-5 Millionen Donnern rumänischen Betreuungs würden wir den Krieg nicht führen können, den wir den Krieg nicht lassen müssen. Und dafür hatte ich eine große Sorge. Daher auch mein Bestreben durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen gehen zu können. Denn die Forderungen waren einfach nackte Erpressungen. Das sind Erpressungen gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren, so konnten sie alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molodow, da habe ich Ihnen dann kurz angemeldet, dass die Forderungen, diejenigen sehr viele Forderungen, dass wir sie nicht anzipieren können. Damit waren an sich die Verhandlungen förmlich abrupt geändert. Das waren die vier Punkte, der einen Punkt, der Finnland betraf, der die Freiheit sich vor dem Finnischen betrogen hat. Und so schön sie sagte, wir werden hier doch einreden, dass Finnland sich betrogen. Ja, so ein Finnland würde man gegen die Freunde der Sowjetunion, würde man vorgehen, würde man gegen die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht können sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also Ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das werden Sie mir doch nicht reden können, dass Ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz bedingt. Da sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Oste, würden wir nicht mehr als passiven Zuschauer hinnehmen können. Da frage ich mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei, wir hatten ja die Garantie aufgegeben, ob die Garantie Sie auch gegen Russland richte. Da sage ich, das glaube ich nicht, dass ich die BNC richte, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht Rumänien zu überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie haben immer gesagt, dass Bessarabien ihnen gehört, aber sie haben doch nie erklärt, dass sie Rumänien wissen, ob diese Garantie...